alle übrigen blacktask aktivitäten unterbinden steht da vor dem konzertsaal neu formieren was machen wir auch jetzt rotkäppchen kommen rotkäppchen trinkt sekt rotkäppchen ist wir müssen uns neu formieren hier ist der konzertsaal ich von mir mich immer ich bin so formiert ich bin ja ich bin ja praktisch uniformiert wir trinken kein alkohol auf keinen fall aber hier spiegelt alles so spiegelplatten so weit kommt einfach weiter ja gut wir müssen jetzt durch die müssen wir jetzt hier durch locker oben rum dann gehen sie da hoch ja wir müssen die tür trotzdem aufmachen ich habe schon aufgemacht da ist eine zwischentür also da ist noch eine tür neustart zone ok also 321 hallo ich mache das mal kaputt ja und sie kümmern sich mal um alles andere system wieder hergestellt das ist immer noch gestört nein scheiße immer noch verdammt system schweiß rolli das geht ja gar nicht das ist ja nicht kaputt das ist ja nicht für ein störgerät das ist ja nicht für ein störgerät das ist ja nicht für ein störgerät system gedrosselt das war ja kaum kaputt das ist ja nicht für ein störgerät system wieder hergestellt doch pass mal auf kollege rolli können sie nicht schmeißen wenn da ein störgerät ist so einfach kaputt gehen server terminal entdeckt also ich sollte sich über dieses terminal mit dem server verbinden können zu mir ich weiß nicht wo dieses server terminal ist da runter auf jeden fall ich springe mal oder bleiben sie mal da oben ja ich bleib mal hier oben aber ich glaube das kann ich gut so da ist das terminal da ich sage immer eine chance habe wieder hoch zu kommen äh warum ist denn da ein punkt und da ein punkt und da ein punkt äh haben sie das terminal muss mal eben kurz die muni auffüllen ich weiß nicht ob ich hier oben bleiben soll oder ob ich lieber zu ihnen kommen soll ich glaube ich komme zu ihnen da kommt so runter dann hier sind mal ich dann nutze ich den terminal ja ist glaube ich besser wenn ich hier bei ihm bleib bereit ja 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 zugriff auf server verbindung wird hergestellt moment ich glaube ich habe hier etwas eine große verschlüsselte datei was auch passiert halten sie die verbindung aufrecht und ich stelle mal geschützt hier oben drauf irgendwo oh oh da kommen sie schon oh das mein der gelbe mann ist auch noch ein heiler der gelbe mann ist da wohl ja ein gelber mann eine rolle immer werfen warum läuft die zeit noch zehn sekunden müssen wir den verteidigen jawohl server raum sichern das geht so schnell sehr gut hoffentlich erhalten wir nach der entschlüsselung der datei verwirrt also der invasionsmodus kann schön sein könnte auch frustig sein genau aber jetzt war schön gehen wir mal nach oben da war noch spezial das war okay noch ja kommen sie gucken mal auf die aktivitätsliste wert denn am meisten ok ein bisschen mehr habe ich aber wir liegen eigentlich gleich ne gucken sie mal aktivitätsliste 6 millionen schaden 4 millioner so viel unterschied ist da jetzt nicht und die kills war gut ein paar mehr habe ich jetzt gesprungen aber das heißt ja nix ja wenn man es ganz ordentlich gemacht würde ich sagen aber meine präzision ist stärker als ihre alles ja da sicher schauen soll die präzision die 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 präzision an ja 50 prozent und ihrem 14 das heißt also sie ballern einfach nur drauf ich kann das auch noch erweitern jetzt gucken wir mal richtig erlitten schaden ich habe mehr als sie schaden erlitten tode 0 natürlich beide schwach zerstört haben sie auch drei stück mehr ansonsten in der schiss bei heilung bin ich natürlich besser als sie weil ich sie ein paar mal geheilt habe aber sie sind so ein kopfschuss kills 14 weil ich überhaupt nicht nachvollziehen kann abschüsse 67 61 schaden haben sie aber auch mehr gemacht jetzt unter sperrfeuer sich warum schießen sie auch nicht kommen sie runter haben soll denn das also die leute interessiert das doch ich muss sagen sie sind scheiße ich komme ja schon wir müssen hier raus glaube ich aber nicht ich habe eine suche mine phosphor zutaten überhaupt nicht so richtig da muss ich mal im inventar öffnet aber sich wie kann ich denn hier da kann ich nur aufs aufsätze für impulsgeber die kann ich alle löschen eigentlich weil ich die gar nicht alles nicht alles so alle weg weil dann kann ich nicht die anderen sachen nehmen ich verstehe das aber die ist besser die ich habe er schaden macht dann behalte ich dir was ich mache meine ganzen mods für den impulsgeber weil dann benutze ich eh nicht eigentlich könnte ich den drohnen stock oder drohnen stock ist gar nicht nur verkehr so machen wir mal jetzt kriegt als waffe ja nicht wirklich oder also ich sag jetzt mal wir gehen jetzt raus wir gehen jetzt raus ich will aber noch nicht raus durch die tür kommen sie haben sie mal hier ist ja 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 hierhin kommen so aus der helfe andersrum hallo die vision agents was gerade war noch dunkel jetzt ist schon tag ich bin da rumgeballert ja wo sind wir denn hier wir können jetzt nach roosevelt island gehen ich möchte jetzt erstmal hier raus wir müssen das einsatzgebiet verlassen oh scheiße ok blacktests haben sich auf roosevelt island eingenistet es gibt jede menge gründe warum wir das verhindern müssen kümmern sie sich darum agent warum knallt ihr die nicht einfach alle ab ja wie wir das auch machen ja was gut gemacht leute hau die schnauze doch achso agent ja Prost Prost tron so wo müssen wir denn einmal auf die karte ja frisburg freigeschaltet jawoll roosevelt island ja da müssen wir hin was ist denn hier mit den ganzen dingern hier weil ich sehe wieder was der campus siedlung die müssen wir wieder frei machen schon wieder rot ja aber so müssen wir das jetzt machen ne eigentlich nicht oder wir könnten ja jetzt hier da ist eine elite patrouille können wir die umgehen irgendwie die blacktests sind auf dieser insel äußerst präsent wir haben ein abc team vor ort das proben sammelt so schwer sind alles gelde oder nicht was das für folgen hat will ich mir gar nicht ausmalen wir müssen sie daran hin und erzeugt von der tor zu schaffen diese jungs trauen sich nicht oft aus ihrer sicheren anlage raus also müssen wir die chance nutzen die wir kriegen können ja kommen sie wir gehen jetzt hier da kommt die elite patrouille wir lassen die erstmal vorbei ja genau und dann ich hoffe die gehen vorbei hier und wir müssen kleinen bögen schlagen bögen wir sehen uns wenn wir jetzt hier kommen die kommen ja sehen die uns hier ich bleib jetzt mal im gebüsch ich bleib mal hier vielleicht sehen wir uns ja gar nicht nicht angreifen keine drohne schmeißen ich glaube nicht dass ich glaube nicht dass sie uns sehen ich weiß nicht wenn hier ist ein hund ach so die gehen da hinten lang ja schön dann kann ich ja zum baum vorrücken ja wir müssen da unten die straße lang einfach das sollten wir jetzt auch tun würde ich sagen ok foggy bocken ist unter kontrolle von verbündeten ok haben wir uns gesehen nö haben sie auch nicht kommen sie wir gehen hier unten lang warten sie warten sie ach sie sind schon wieder am ausrüsten nein werden sie doch mal ja unsere verbündeten greifen die an ja ok wir können ok ja das ist aber warum haben sie so Angst vor dem weil das elite sind und die macht auch weg fette gelbe neaa ich weiß nicht ja der ist gestorben aber vor lachen das ist aber jetzt nicht nett gewesen lachen gestorben jetzt kann ich jetzt hier markieren wo wir hin wollen rußfeld island also müssen zum stützpunkt rußfeld ja los ich bin ja schon da ich meine hier das ist eine katze wo wo ist eine katze hier auf dem auto da war eine katze in dem spiel war noch nie eine katze waschbär oder so leute ohne scheiß ja katze sie haben auch katzen sehen sie schon nach den m wort oder was hier ist eine munitionskiste ist ein schöneres m-m-wort ja da sicher ich würde sagen ich kletter mal davor die spänen sollen wir die 321 rolle und rolle auf in den kampf da ist noch einer vorsicht auf in den kampf sagt er auf in den kampf ok jetzt hoch zur brücke der herrhoff sind sie bereit hat die rolle schon in der hand ohne rolle geht der oh was ist hier los ich weiß nicht hier ist noch ein gigant von hier hin hast du das geblieben sind ja auch noch mal ne Rolli komm wir schmeißen ne Rolli auf frei eins, zwei, zwei, drei Rolli fliegt Silvester also ihr geschützt ihr da ein bisschen ungünstig kann das sein das führt die ganze Zeit nach oben weil da oben kommt ja keiner hallo, kommen sie mal her jawoll oh Gott was ist der denn jetzt? das nehm ich aber auch ne Rolli hinter uns fuck noch mehr hinter uns das ist ja auch ähm du kannst auch den Zug schießen da ist aber noch jemand auf jeden Fall irgendwo ist ja dieser Spezial Yoshi noch ne da unten irgendwo hier rennt er rum und down da ist noch einer da ist noch einer da muss noch einer sein äh kommt die und dann wo ihr wollt die? Verstärkung trifft einen ähm bedrohliche feindliche wir stehen ein bisschen beschissen gerade ja irgendwie ne kommen sie mal auf meine höhe ja und nehmen sie ihr geschützt mit nehm mal geschützt ich hab ach so doch hab ich ja wo sind die denn? wo sind die denn? ich glaub die kommen von hier unten glaub ich dann müssen wir da rein oder was? ja möglich oder da runter müssen wir glauben kommse wir machen das jetzt eben fertig ja machen wir vollgehalt ein bisschen länger wo sind die denn? ich will dann hier unten da sind glaub ich Garagen oder sowas ja da sind sie da ist der bedrohliche Feind da ist ein bedrohlicher Feind? ja ja aber man soll es nie für möglich halten ja und sie schon sehen wie die die Klare halten repet ja 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 dann war der bedrohliche Feind und da sind unsere Leute auch schon und hier ist noch mehr aber zusätzlich und mehr gepflanzt als das Bein meine Jüde, die fallen ja hier im Sekundensatz jetzt kommt er! jetzt kommt er! nachladen! guck mal da! guck mal! guck mal! warte dir! mit der Pistole erschieße ich durch mein Freund mit der Pistole das war schon? wahnsinn jawoll einsammeln? ja da sind so tolle Klamotten der Zugang zum Nachschubraum ist beides hier kommen sie mal her ja wir wissen dass wir da gut sind wir müssen uns doch nicht erzählen bereit? mach mal auf so ui! hui! hui! eine riesen Kiste! oh da kommen wir doch mal rein äh ja gehen sie mal ein bisschen weg von der Kiste aber die sind alle schwächer die Waffe das ist so da ist es okay war eben mitgenommen hier ist noch was hier ist noch mehr aber hier ist noch was aber jetzt ehrlich gesagt ähm okay ich kenne ich kenne diesen Einsatz noch mit diesem Taxi-Dingsbums ähm toni was ist denn hier? ja sie haben äh versorgungsteil gebracht hallo? guck mal da ist eine Toilette was habt ihr da gebracht? die gehen da rein äh raus ich meine die äh holen wieder neue äh sachen für unseren Stützpunkt hier versorgen unseren Stützpunkt mit tollen Sachen und ich würde sagen wie es weiter geht und wenn wir dann zum äh Roosevelt Island kommen und der Heuhoxton hier sein Hütchen an der Leine nimmt und das sehen wir beim nächsten Mal wir sammeln erstmal einen also Leute tschüss